Erschi Du Erschi, kannst du schon als Dörfer spielen? Ich bin auf dem Löffel spielen. Hast du Bock manchmal zu spielen? Ich guck mal, ich mach das auch. Hier, jeder von uns trifft einen Kochlöffel, ne? Guck mal, du sollst meinen Mund. Und dann hältst du deinen Kopf dahin und ich brauche mit dem Mund dann auf den Kopf. Der wird scheiß mir, Junge. Wir probieren das jetzt aus. Ich fang rein. So hat er denn funktioniert. So haust du mir dann auf den Kopf. Räuchte ich mal? Jetzt. Jetzt ist er zu Bayern auf diesem Fall. Und hier gucken wir mal. Wir haben noch ein paar Minuten Fußball zu spielen hier. Das tut ganz gut weh, ne? Du bist am Rhein, oder? Er ist gekommen. Oh, Sattar, ey! Hey! ...und den wir als besten Bayern-Chance notieren haben. Es bleibt dabei. Fast die Kuss und Beides ist. FC Bayern München. Und so sieht's häufig aus. Nichtsverständliches, unpräzises Spiel. Also das, was die Stuttgart-Welt reicht. Okay, das ist mir gar nicht mehr zu. Du musst deinen Druck noch mal machen. So! Dann bringen wir die Zähne! Das ist mir wie so! Komm! Komm! Ah! Jetzt küsst du aber nicht auf die Fresse! Oh! 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 Oh!